Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Jawohl und das tun wir jetzt auch selbstverständlich. Ja, liebe Freunde, heute reden wir über Anpassungsleistung. Das ist ja so ein Begriff, den man tatsächlich relativ viel und oft hört, insbesondere aus dem Mund autistischer Menschen, die schon erwachsen sind oder vielleicht auch sonst schon ein bisschen älter. Und was genau mit Anpassungsleistung gemeint ist, das wollen wir heute mal besprechen. Also grundsätzlich kennt ihr ja schon aus vielen anderen meiner Podcast-Folgen die Situation, dass sowohl die Kommunikation als auch das Sozialverhalten natürlich besondere Hürden darstellen für autistische Menschen. Denn hier sind die Regeln und kulturellen, gesellschaftlichen Grundsätze manchmal sehr schwer nachzuvollziehen. Denn neurotypische Menschen kommunizieren natürlich sehr stark aus dem Bauch heraus und auch das Sozialverhalten ist eher gefühlsgeprägt. Und dementsprechend manchmal schwer nachvollziehbar für Menschen mit Autismus. So und damit hier im Alltag nichts auffällig ist, also autistische Menschen haben ja durchaus ein Bedürfnis, auch am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und deswegen kommen sie dann irgendwann zu der ja auch logischen Idee oder Überlegung, dass es wichtig wäre, das eigene Verhalten anzupassen. Und jetzt kommen tatsächlich autistische Menschen in eine unglaubliche Anstrengung. Denn der Energieaufwand, der hierfür jetzt verlangt wird, der ist wirklich kaum zu beschreiben mit normalen Worten. Denn es geht darum, diese ganzen Bauchgefühle und emotionalen Kurz- und Blitzentscheidungen und Wendungen, die neurotypische Menschen den ganzen Tag betreiben, jetzt tatsächlich einmal sachlich zu analysieren und dann auch nachzulernen. Grundsätzlich könnte man sich vorstellen, also jetzt im Vergleich, das so zu beschreiben, dass das neurotypische Verhalten sowohl in der sozialen Interaktion als auch in der sozialen Kommunikation für autistische Menschen oft sowas ist, wie eine ganz, ganz komplexe Fremdsprache. Also um mal hier den richtigen Wert aufzurufen, als wäre jetzt für uns hier in Deutschland nicht englisch, sondern die Energieleistung, die erbracht wird, passt eher so dazu, wenn man sich vorstellen würde, dass wir Mandarinen lernen zum Beispiel. Und dementsprechend müssen autistische Menschen unglaubliche Energieleistung erbringen, um sich gesellschaftsdurchschnittlich zu verhalten. Also so, dass sie mit ihrem Verhalten nicht links und rechts auffallen oder aus der Norm rauskommen. Und das trainieren autistische Menschen schon sehr früh. Da fangen die, ja, so in der Kindheit schon langsam automatisch mit an und das wird dann in der Jugend immer professioneller. Und Erwachsene haben das dann richtig gut drauf und sind sehr gut dazu in der Lage, in sozialen Situationen auch unauffällig zu agieren. Aber natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt, denn hier fehlt natürlich oft die Flexibilität ein bisschen, denn alles, was da eloquent aus der Ecke der autistischen Menschen kommt, ist ja wirklich hart erarbeitetes Verhalten und dementsprechend auch gar nicht so extrem beweglich, wie es in der Flexibilität neurotypischer Menschen oft halt ist. Und das bedeutet, autistische Menschen lernen, wie sie sich verhalten sollten, damit sie im Vergleich zu anderen neurotypischen Menschen nicht auffallen im sozialen Gefüge. Das klingt schon mal echt kompliziert. Das bedeutet, im Endeffekt entwickeln autistische Menschen eine angepasstere Version von sich selbst. Also man kann sich so vorstellen, das ist wie beim Schauspiel, da lernt man halt einen Charakter auswendig, versetzt sich in diesen hinein und übt halt dann, wie der sich verhält und wie der spricht und wie der sich bewegt. Und das machen autistische Menschen auch, allerdings nicht mit einem fremden Charakter, den sie sich da aneignen, sondern mit einer neuen Version ihrer eigenen Persönlichkeit. Das bedeutet, sie kalibrieren ihre ganzen Verhaltensweisen und so und Arten zu kommunizieren neu und richten sie aus auf neurotypische Menschen. Und dann erschaffen sie quasi eine Version von sich selber, die in der Öffentlichkeit gut, unauffällig agieren kann. So, das bedeutet, autistische Menschen sind Schauspieler in diesen Situationen, die sich selber mit einer abgewandelten Persönlichkeit spielen. Also man hört hier aus jeder Kleinigkeit raus, dass das einfach sauanstrengend sein muss. Kann ich natürlich als neurotypischer Mensch auch nicht nachvollziehen. Man spricht hier bei diesem Prozess auch von Masking. Das bedeutet, autistische Menschen setzen sich quasi eine Maske auf und erreichen damit, dass sie durch diese Maske halt unauffälliger in der Gesellschaft sich platzieren, bewegen und interagieren können. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für die Stereotypenverhaltensweisen. Diese werden hier dann oft unterdrückt oder abgewandelt oder in irgendeiner anderen Form präsentiert, so dass sie halt auch besser in den Alltag der Gesellschaft und des Bekanntenkreises passen. Insbesondere hier haben Mädchen und Frauen besondere Fähigkeiten. Die sind nämlich von ganz früh an sehr, sehr gut in Sachen Anpassungsleistung und zeigen hier noch ein bisschen mehr Kompetenzen als ihre männlichen Kollegen. Warum das so ist, kann ich gar nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall ist ein ganz klarer Beobachtungswert. Anpassungswert und das führt zum Beispiel auch dazu, dass autistische Frauen oft viel später oder gar nicht diagnostiziert werden. So und was ist jetzt hier die besondere Anpassungsleistung, die Frauen vielleicht einen kleinen Ticken effizienter erbringen manchmal als Männer? Das wäre zum Beispiel, dass Stereotypien einfach so abgewandelt werden oder so gewählt werden, dass sie in der Gesellschaft gar nicht auffallen. Zum Beispiel Spezialinteressen werden dann nach folgendem Faktor ausgewählt. Ich suche mir ein Spezialinteresse, das viele andere Menschen in meinem Alter auch haben und dementsprechend fällt das gar nicht so auf. Denn der Unterschied ist ja nur Wiederholung und Intensität und dafür haben die meisten Menschen gar nicht so einen guten Blick. Genau und hier ist allerdings jetzt natürlich eins blöd und das müssen wir mal ganz klar nochmal zum Ende hier auf den Punkt bringen. Autistische Menschen sind anscheinend, oder ne, autistische Menschen haben gelernt, dass sie sich verstellen müssen, damit sie in der Gesellschaft akzeptiert werden. Und das ist natürlich ziemlich schwierig als Problem und ich würde mir hier doch wünschen und das versuche ich auch durch meine Aufklärung hier auch zu tun, dass die Menschen einfach ein anderes Gefühl dafür entwickeln und selbstverständlich die Persönlichkeit von autistischen Menschen voll und ganz akzeptieren und es daraus gar nicht notwendig wird, sich an irgendwelche gesellschaftlichen Normen anzupassen. Das wäre doch eine ziemlich gute Geschichte für die Zukunft. Ich hoffe, dass das sich jetzt so langsam auch mal ein bisschen entwickelt. Also empfehle ich diesen Podcast auch gerne weiter an Bekannte, die das auch gerne mal hören dürfen. Und ansonsten möchte ich noch einen kleinen Werbehinweis geben. Guckt gerne mal auf meine Homepage www.timo-warnholz.de Dort gibt es neue Webinare und Beratungstermine zu buchen. Das könnt ihr ganz entspannt per Knopfdruck machen und dann bekommt ihr quasi ein Ticket dafür. Und guckt euch das gerne mal an, wenn ihr da Interesse habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. So, und das war es jetzt für heute. Und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere. Und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.